Liebe Geschwister, bevor ich anfange, ich sehe hier sehr viele Lücken. Kommt bitte nach vorne, liebe Brüder, schließt diese Lücken. Denn dies ist Teil des Freitagsgebetes, die Lücken zu schließen. Das Erste, woran ihr denkt, wenn ihr die Moschee betreten habt, ist, dass ihr einen Platz so weit wie möglich im vorderen Bereich für euch absichert. Denn darin ist auch unermessliche Belohnung bei Allah Ta'ala verknüpft. Wir wollen über diese Persönlichkeit weitersprechen, die Persönlichkeit, tief als ein Ozean und weiter als ein Universum. Über Omar wollen wir weiterhin sprechen. Eines Tages, liebe Geschwister, stand Omar auf dem Mimbar, auf der Kanzel und erhielt eine Predigt. Und auf einmal sprach er, auf einmal sprach er, schützt euch mit dem Berg, schützt euch mit dem Berg. Und die Leute waren verwundert, ja. Osaria, Osaria, schützt euch mit dem Berg. Die Leute konnten nicht verstehen, was dies bedeutete. Und Omar erpredigte weiter. Und Wochen später kam eine ausgerückte Verteidigungseinheit der Muslime zurück nach Medina und sagte, dass sie sich im Krieg befunden hatten, in einer Schlacht befunden hatten und sie waren umzingelt gewesen und es schien, als würden sie diese Schlacht verlieren. Und dann hörten sie die Stimme von Omar, schützt euch mit dem Berg, schützt euch mit dem Berg. Und so gingen sie mit dem Rücken zum Berg und hatten so die Übersicht und gewannen auf die Schlacht. Und das ist Sahih überliefert. Wie erklärt sich so etwas? Der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, wenn es in meiner Ommar solche gibt, zu denen gesprochen wird, so ist Omar einer von ihnen. Das ist auch eine authentische Überlieferung. Und subhanallah, um eine Person herum, die abgesehen von solchen besonderen Ereignissen so Großartiges vollbrachte. Natürlich werden sich Mythen um eine solche Person herum bilden. Und derjenige, der sehr vieles erreicht, der wird auch immer beneidet werden, im negativen Sinne. Deswegen sagt auch der Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dass man sich vor potenziellem Neid zu schützen hat durch Diskretion. Nicht allen alles erzählen, sondern wenigen Auserwählten Auserwähltes. Ein Bruder sagte mir einmal, er hat gehört, und er war begeistert gewesen, dass das Schwert von Omar 100 Kilo wog. Er sagte, nein Bruder, keine 100 Kilo. Er sagte, ja, vielleicht waren es auch 70. Nein, auch keine 70. Was machen wir mit solchen Überlieferungen, liebe Geschwister? Diese Überlieferungen, wir verstehen sie als eine Entscheidung von Allah Ta'ala, einigen Dienern zu geben und anderen Dienern wiederum nichts zu geben und dafür anderes zu geben. Und man nennt diese besonderen Ereignisse bei den Propheten eine Mu'ajiza, vom arabischen A'ajaza, Ju'ajizo. Was bedeutet A'ajaza, Ju'ajizo? Unfähig machen. Der Koran wird Mu'ajiza genannt, weil er andere unfähig macht, Selbes zu vollbringen. Man kann nichts wie den Koran hervorbringen. Der Koran macht also die anderen unfähig, Selbiges zu vollbringen. Warum? Weil er die Menschen herausfordert, wenn ihr die Botschaft des Propheten ablehnt, als Lüge, als Erfindung, als Dichtung, dann bringt doch Selbiges hervor, wie auch die anderen Propheten, andere Mu'ajizat, die Mehrzahl, unfähig Machende, ihren, dem leugnenden Volk präsentierten, um zu sagen, ja, wenn ich nicht die Wahrheit spreche, dann mach doch dasselbe. Das ist das mir von Allah verliehene Zeichen. Gut, wenn jetzt nun ein Nicht-Prophet ein besonderes, ja, etwas Besonderes bekommt, etwas Ungewöhnliches bekommt, nicht unmöglich, ja, für Allah ist nichts unmöglich, dann nennt man das eine Karama, ja, ein Wunder im Sinne von, es fordert nicht heraus. Und unsere Gelehrten haben festgehalten, liebe Geschwister, dass eine Karama vor allem dazu da ist, den eigenen Iman zu stärken oder aber den Iman um diejenigen, um diese Person herum. Vielleicht braucht diese Person nicht, so etwas Besonderes zu erleben, aber diejenigen um ihn herum, ja, deren Iman wird dadurch noch ein wenig mehr gestärkt. Aber die Person, die eine Karama erfährt, für sich oder für andere oder für beide, kann auch Fehler machen. Ist nicht so, dass sie keine Fehler mehr machen kann. Und zum anderen hat Allah Ta'ala auch auf den anderen Wegen, außer dem einen Weg der Wahrheit, den Vertretern der anderen Wege Besonderheiten mitgegeben. Das heißt, wir messen nicht den Wahrheitsgehalt einer Aussage von einer Person daran, ob sie Karamat hat oder nicht. Sondern wir schauen uns erst die Leute der Wahrheit an und folgen diesen, ob sie Besonderes erleben oder aber auch nicht, liebe Geschwister. Und selbst, wenn andere super, hyper irgendwelche Sachen vollbringen, aber sie sind nicht auf dem Weg der Wahrheit, so beeindruckt uns dies nicht weiter. Ich möchte über Omar sprechen, über sein tiefes Verständnis, ich möchte mit ihm zufrieden sein, vom Tawhid. Und sein sein umfassendes Situationsverständnis und seine Menschenkenntnis. Was waren seine Worte gewesen, als er den Stein küsste, an der Kaaba, den schwarzen Stein? Er sagte, du bist nur ein Stein, der weder mir nutzen kann, noch mir schaden kann. Und hätte ich nicht gesehen, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, dich küsst, dann hätte ich dich auch nicht geküsst. Und dies sagte er auch laut. Das wurde ja überliefert. Das ist ja nicht etwas, was er geträumt hat und andere haben das dann aufschreiben können. Das sagte er laut. Wem sagt er das? At-Tabari, wie Ibn Hajar al-Asqalani festhält. Er sagte, dies sagte er auch, hörbar für neue Muslime, frische Muslime, die vielleicht ein wenig verwirrt werden können. Die waren, gestern noch, haben sie sich vor Ton und Stein niedergeworfen und nun sehen sie, dass ein eminenter Prophetengefährte wie Omar einen Stein küsst. Um einfach die Seele von gewissen Einflüsterungen zu befreien, sprach er dies laut, um eben den Tawhid in den Herzen der neuen Muslime zu stärken. Und wie wichtig doch diese Worte sind, wo heutzutage ja auch von Unwissenden den Muslimen gegenüber vorgeworfen wird, dass sie einen Stein anbeten würden. Das war eine sehr, sehr vorausschauende Aussage, liebe Geschwister. Ebenfalls als das Grab von Daniel, möge er mit ihm zufrieden sein. Daniel wird in der Bibel als Prophet erwähnt. Und als dieses entdeckt wurde und dies gehört, ich habe euch öfters bereits zu mehreren Gelegenheiten dargelegt, die Einteilung, die Dreiteilung der Gelehrten in Bezug auf das, was in den Schriften der Schriftbesitzer steht, also den Juden und den Christen. Das, was vom Koran und von der Sunna bestätigt wurde, bestätigen wir. Das, was vom Koran und der Sunna verworfen wurde, verwerfen wir. Und das, was weder verworfen noch bestätigt wurde, darüber dürfen wir berichten, sagte der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam in einer authentischen Überlieferung, die auch Ibn Kathir einleitend zu seinem Tafsir mit erwähnt. Darüber dürfen wir berichten, denn darin liegt keine Sünde. In Bezug auf das Prophetentum von Daniel, der nicht namenslich im Koran erwähnt ist, in diesem Zusammenhang sagen wir, wir überliefern, aber wir können nicht hundertprozentig sein, dass er wirklich ein Prophet war. Vielleicht war er auch nur eine rechtschaffende Person. Allahu a'alam insgesamt. Aber es war natürlich eine geschichtsträchtige Person. Die ist ohne Zweifel geschichtswirksam. Und um die Menschen, erkannte die Menschen. Nicht, dass sie dann zu diesem Grab pilgern und dann irgendwelche Rituale dort praktizieren oder neu erfinden. Wies er an, dass etwas mehr als ein Dutzend Gräber verteilt über das Land ausgehoben werden sollen und dann in der Nacht sollte das Grab transportiert werden, umverlegt werden und die Spuren von allen Gräbern sollen verwischt werden, sodass man nicht weiß, wo er begraben ist. Mögelein mit ihm zufrieden sein in diesem Sinne. Weil er wollte den Tawhid von den Leuten bewahren. Er wollte nicht, dass sie in die Irre gehen, in den Glaubensüberzeugungen. Khalid ibn Walid, einer der wohl bekanntesten Prophetengefährten und einer der Prophetengefährten, deren Spitzname wohl sehr starke Verbreitung gefunden hat. Sayfullah, Allahu Akbar, das hören wir gerne. Das Schwert von Allah, das Schwert von Allah. Jemand, der keine Niederlage erfahren hat, weder in der Zeit, als er noch nicht Muslim war, noch in der Zeit, als er Muslim war und Verantwortung für einen Herr hatte. Eine großartige Persönlichkeit. Omar, als der Khalif war, er entschied diese großartige Persönlichkeit. Und das war ein, verfolgt ihr die Schachpartie, manchmal schaue ich mir eine Schachpartie im Internet an, zwischen Anand und Carlsen, er war ein Schachspieler, aber in Sachen Krieg. Der beste Schachspieler in Sachen Krieg. Ungeschlagen, undisputed. Meister aller Klassen. Und was entschied Omar, möge er mit ihm zufrieden sein? Er wechselte ihn aus. Warum? Warum wechselt er ihn aus? Es heißt doch, never change a winning team. Ändere niemals eine erfolgreiche Mannschaft. und er schrieb, er wollte nicht, dass verwirrte Menschen den Sieg Khalid zu schreiben, anstelle von Allah Ta'ala. Denn Allah macht, was er will. Allah entscheidet, was er will. Dies hielt Omar schriftlich fest, als er Khalid ibn Walid, möge er mit ihm zufrieden sein, absetzte, als Heeresführer. Seht ihr, wie besorgt er in den Angelegenheiten des Alltags war, den Tawhid zu wahren und auch nicht die Kritik eines Kritikers fürchtete, weil natürlich dies war, musste man kritisieren, ja, von einem gewissen Standpunkt. Aber von einem spirituellen, von einem Tawhid-Standpunkt war es eine wichtige und richtige Vorsichtsmaßnahme von Omar, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Wenn man Omar und Khalid, möge ich noch mit beiden zufrieden sein, in einem Satz erwähnt, die beleseneren Geschwister unter uns werden wissen, da gab es oft Zank, da gab es Argumente zwischen beiden, da gab es Streitereien, Zoff, Ärger. Wofür? Für Allah Ta'ala. Weil beide verschiedene Ansichten hatten, die sich erlauben durften, aufgrund ihres tiefen Einblickes. Wie erklärt sich das? Nicht, weil sie irgendetwas Persönliches ausgetragen haben, sondern weil sie sich ihrer Verantwortung bewusst waren. Und weil sie auch wussten, der andere argumentiert mit mir nicht wegen persönlichen Dingen, sondern für Allah Ta'ala und aufgrund von Wissen und Erfahrung. Ich möchte einige Dinge beleuchten im Rahmen dieser Konflikte. Zum einen sagen auch die Gelehrten wollte, dass Omar mit ihm zufrieden sein, dass es auch einen Nachwuchs gibt. Weil oft ist es so, dass sich die Jüngeren, diejenigen in den zweiten und dritten Reihen, die ruhen sich etwas aus. Die sagen, ja, der macht das. Und sind immer fleißig am weiterleiten. Egal, welche Anfrage kommt, ich habe deine Telefonnummer, weiterleiten, 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 und dann gibt es sogar solche, die, wenn sie gefragt werden, die könnten auch weiterleiten und sagen, der leitet immer alles weiter, ich frage ihn. Aber Omar wollte, dass auch ein Nachwuchs kommt, der kommt nicht aus dem Nichts heraus. Da muss man auch Verantwortung übertragen, da muss man auch Aufgaben zuweisen. Dies war so auch eine große Weisheit von Omar, dass er für Nachwuchs sorgte. Und weiterhin gab es zwei verschiedene Philosophien bei beiden Prophetengefährten. Der eine, er mochte die Dezentralisierung. Dass also jeder, der eine Aufgabe bekommen hat, mehr oder weniger diese selbstständig machen kann, ohne dass er sich immer großartig absprechen muss und Erlaubnis für jeden der einzelnen Schritte holen muss. Wer war das? Das war Khaled ibn Walid. Er sagt, du hast mir eine Aufgabe gegeben, über dieses Gebiet, innerhalb dieses Bereiches, lass mich einfach machen. Am Ende des Jahres sage ich dir, wie es gelaufen ist. Aber Omar sagte, nein, das geht nicht. Du bist in meinem Dienst. Ich muss über jeden kleinen Schritt und über jede Entscheidung, die du treffen musst, nicht getroffen hast, die du treffen musst, muss ich Bescheid wissen, damit ich dann entscheide. Und deswegen, der eine, der wollte Zentralisierung, der andere wollte zur Dezentralisierung und in dem Rahmen gab es, wie gesagt, viele Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden. Aber das war, wie gesagt, für Allah und nicht, um persönliche Konflikte auszutragen. Und beide waren auch, ja, im Herzen miteinander stets vereint. Und in diesem Rahmen, liebe Geschwister, in diesem Rahmen, warum sage ich das? Warum wähle ich diese Aspekte aus? Natürlich, ihr seid nicht nur in einer Moschee aktiv, beziehungsweise nicht nur mit einer Moschee verbunden. Viele von euch kommen aus einer anderen Wohngegend in Frankfurt oder sogar etwas außerhalb von Frankfurt. Und ihr habt Eltern, ihr habt Geschwister, die auch in anderen Moscheen aktiv sind und dann kommen immer diese Berichte. Ja, da gibt es Stress und da Vorstandswechsel und hier der Imam und der Vorstand und blablabla. Kennen wir alle. Aber dass ihr verstehen können, viele Konflikte, die meisten, sie sind nicht persönlicher Natur und sie sind für Allah und manchmal haben auch die Strukturen damit zu tun. Versteht ihr, was ich meine? Und die Moscheearbeit, liebe Geschwister, ist eine ehrenamtliche Arbeit in der Regel. Egal, was Menschen machen. Manche Leute kommen hier rein in die Moschee, ihr kennt sie nicht und sie haben einen Großteil ihres Lebens für die Moschee gegeben. In der Buchhaltung, in der Verwaltung, ja, in Bereichen, die vielleicht nicht so präsent sind, sondern, ja, diese, das, was hinter der Bühne, in Anführungsstrichen, durch das, was hinter dem Mimbar passiert, ja, dort wurden Aufgaben von vielen Geschwistern auch und werden Aufgaben von vielen Geschwistern getragen. Und natürlich, ja, Leute kommen gestresst nach der Arbeit in die Moschee und denen, sie erwartet auch Aufgaben zu Hause und dann in dieser Situation sprechen sie miteinander und, ja, sie haben Aufgaben weitergegeben, die nicht richtig ausgeführt wurden, sie selbst haben Aufgaben bekommen, die sie nicht richtig ausgeführt haben, ja, und dann ist die Kritik etwas zu hart, weil, ja, sie tun ja ihr Bestes und in diesem Rahmen müssen wir verstehen, dass es halt ein bisschen Zoff gibt in den Moscheen, wir sagen Alhamdulillah, ja, das ist alles für Allah und auf seinem Wege. Ich möchte euch einmal ein Beispiel eines solchen Konfliktes geben. Khaled ibn Walid, er wollte, dass aus der Sakka ein Teil dafür genommen wird, die Herzen der neuen Muslime zu stärken. Ja, Allah Ta'ala sagt im 60. Vers der 9. Sure Die Sakka, hier wird von der Pflicht Sakka gesprochen, auch wenn sie Sadaqa wortwörtlich genannt wird, sind für die Armen und für die Bedürftigen und für diejenigen, die sie verteilen, das heißt für den Sozialstaats Apparat, ja, für die Sozialbehörde, die kriegen dann ihre Gehälter aus der Sakka und diejenigen, deren Herzen vertraut gemacht werden sollen. Das heißt neue Muslime, die vielleicht etwas Besitz verloren haben durch ihren Islam oder die etwas Zuwendung brauchen und auch für vier weitere Gruppen, zu denen zählt, für den Freikauf von Kriegsgefangenen, für die Verschuldeten auf dem Wege Allahs und für die in Not gekommenen auf einer Reise, für die Reisenden. Und Khaled ibn Walid, er, ja, er gab für solche aus, von denen er meinte, dass ihr Herz diese Beruhigung, diese Unterstützung braucht. Und Omar sagte, und das ist ein großer Itzihad, liebe Geschwister, ja, er sieht nicht nur den Text, den er dann wortwörtlich umsetzt, sondern er sieht den Kontext vom Text und er sieht die Situation, die Gesamtsituation. Und er sagte, das ist für die Situation, wo der Islam und die Muslime schwach sind, dann ist das sinnvoll, dass man, ja, solchen Menschen etwas Zuwendung gibt. Aber jetzt, wir sind stark, ja, möge, wer will den Islam annehmen und wer will, wer möge es lassen. Das war also eines, ein Musterbeispiel, ja, dass ihr einen Einblick bekommt, das ist, wie gesagt, für Allah, hier ging es nicht um irgendwelche persönlichen Besitztümer oder etwas anderes. Das heißt, Omar, er hat Verständnis für den Text gehabt und den Kontext des Textes und für die Realität, die Gesamtsituation. Und das ist das, was vielen von uns in der heutigen Zeit etwas fehlt, dieses Feingefühl für die notwendige Situation. Eines Tages gab es, eines Tages kam es vor, dass einer der Prophetengefährten verletzt vom Krieg nachts aufstand und gemerkt hat, er hat einen feuchten Traum gehabt. Ja, und es war die Zeit zum Fechelgebet und in der Wüste ist es sehr kalt, in Medina, anders als in Mekka. Dort herrschen andere Temperaturen. Und er fragte Prophetengefährten, kann ich einfach nur hier Tayammum machen, weil ich will mich nicht duschen, das Wasser ist kalt und ich fühle mich nicht gut. Und sie sagten, im Koran steht, wenn Wasser da ist, dann musst du dich waschen. Nur wenn Wasser nicht da ist. Aber sie haben den gesamten Kontext, die Situation nicht richtig erfasst. Was passierte? Er badete in kaltem Wasser und die Wunde entzündete sich noch weiter und er war nicht stark genug, sein Immunsystem war schon geschwächt und er starb. Und als der Prophet davon hörte und es hat Abu Dawud überliefert im Übrigen, es ist eine Sahih-Überlieferung, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam davon erfuhr, sagte er, ihr habt ihn getötet. Ihr habt ihn getötet. Das heißt, mit einem oberflächlichen Verständnis habt ihr ihn getötet. Warum habt ihr nicht nachgehakt? Warum habt ihr nicht gefragt? Wen wählte er und wie wählte er und aufgrund welcher Kriterien wählte Omar seine Mannschaft aus? Wie ein Trainer, der praktisch Verfügung darüber hat, wen er holt und wen er nicht holt und anhand welcher Kriterien lasst uns darüber reden, damit wir für uns Lektionen mitnehmen, wie wir sein sollen, wie wir uns zu verhalten haben, wie wählte er die Menschen aus, die für ihn unter seiner Herrschaft Verantwortung trugen. Das Erste, was er, oder eines der wichtigen Dinge, was er auszubalanzieren wollte, war, dass seine Bediensteten, in diesem Sinne, seine Angestellten, sollten unbestechlich sein, diesen Rat name an von einem der Prophetengefährten, das heißt, sie sollten genug zum Leben haben. Nicht, dass sie dann irgendwie noch sich, ja, im Handel aktivieren müssen und dann hier und dort und, ja, am Ende ist vielleicht die Seele bestechlich. Sollten genug zum Leben haben. Und auf der anderen Seite mussten sie bescheiden leben. In der Regel gab es einen Vertrag, dass seine Prophetengefährten keine feine Kleidung tragen durften, kein feines Brot essen durften, nur arabische Pferde reiten durften, jetzt ist die Situation ein bisschen anders, ja, das arabische Pferd ist in der heutigen Zeit mehr wert als die anderen in der Regel, aber also keine ausländischen, teuren Luxuslimousinen fahren durften, sondern halt das gewöhnliche arabische Pferd reiten sollten und wenn sie nach Medina kamen, sollten sie tagsüber eintreten, damit er kontrollieren konnte, wie war ihr, wie kamen sie hinein, mit welchen Vermögen und er testete sie, indem er manchmal Vermögen als Geschenk ihnen zukommen ließ. Er testete sie manchmal. Die Frau von Abu Ubaida, sie sagte einmal, als sie 500 Silbermünzen geschenkt bekommen hatten, dass wir sie geschenkt bekommen hatten, hat uns mehr weggenommen, als es uns gegeben hat. Warum? Weil die Ehemann dann alles abgelehnt hat und verteilen ließ, aber damit er es verteilen konnte, hat er ein Gewand von sich genommen und kleine Säcke draus gemacht. Jetzt haben wir sogar noch nicht mal dieses eine Gewand. Ja, und die Frau von Abu Ubaida übrigens, sie stritt sich auch persönlich mit Omar, als es nämlich darum ging, dass sie sagte, ja, wir haben zu wenig zum Leben. Wie gesagt, diese Balance, unbeschlechtlich zu sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber bescheiden zu leben. Warum? Warum schränkte er das Erlaubte ein? Das war ja auch das, was er tat in Bezug auf die Heirat mit Schriftbesitzerinnen oder die Heirat von Schriftbesitzerinnen, also von Jüdinnen und Christinnen. Das ist eine an sich erlaubte Sache, aber er schränkte das Erlaubte ein, warum? Für ein höheres Interesse, damit Musliminnen nicht ohne Ehemann bleiben und es gab, wie gesagt, noch zwei, drei andere Gründe in diesem Rahmen. Warum schränkte er das Erlaubte ein? Er wollte, dass eine Gesellschaft entsteht, drei von Korruption, eine Gesellschaft gefüllt mit Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Solidarität untereinander, Aufopferung füreinander und die Menschen schauen auf die Staatsbeamten sie nehmen sie als Vorbilder und das heißt, diesen konnte er einen Lebensstil vorschreiben, weil entweder du unterschreibst den Vertrag oder du unterschreibst ihn nicht und es gab auch Prophetengefährten, sie lehnten es ab, sie wollten keine Verantwortung, Abbas zählte dazu, er sagt, nein, ich kann nicht, ich will nicht und er wurde auch nicht gezwungen, aber diejenigen, die wollten, sie mussten diesen Lebensstandard einhalten und nicht darüber hinaus und er verbot ihnen sogar den Handel die Politiker, ihnen war es untersagt, sich wirtschaftlich zu aktivieren und es ist nicht das, was alle paar Tage in der Presse einen kleineren Skandal auslöst, die sogenannten Nebeneinkünfte von den Politikern, ja, die, was sind das für Nebeneinkünfte, ja, ich will auch mal so Nebeneinkünfte haben, einfach mal so, mehrere tausend, aber merkt ihr, was dann passiert? Das Vertrauen den Politikern gegenüber sinkt drastisch Man meint, dass sie in die Politik gegangen sind für ihre eigenen Belange, nicht für die Belange derer, ja, die sie, denen sie vorstehen in Verantwortung, aber um hier einen Riegel davor zu setzen, ja, hat er von allen, die er eingestellt hat, ihr Besitz schriftlich festgehalten, okay, du unterschreibst hier, also wurden eingestellt und in der Regel hat er sogar Verträge mit ihnen, schriftliche Verträge geschlossen oder aber bezeugte Verträge von den Ansar und den Mujahedin, also von den Eminenten, dass sie als Zeugen dann auch bei diesem Vertrag zugegen sind und er hielt ihren Besitz fest, was sie besitzen, damit er, ja, alle paar Monate, alle paar Jahre mal drauf schauen konnte, hat er mehr und wenn ja, ist das normal mehr oder muss man da ein bisschen nachhaken, wo hat er denn sein Geld bekommen? Das ist uns wichtig, liebe Geschwister, dass wir richtige Führung haben, dass wir auch andere einsetzen, die dieses Amt verdienen, nicht solche, die es nicht verdienen, liebe Geschwister und das war etwas, was Omar was ihn besorgte, wie setzt er die Leute ein, einmal beriet er sich mit Al-Murira, Ibn Shu'aba, er sagte, wen soll ich einsetzen, denjenigen, der kompetent ist, aber weniger religiös oder denjenigen, der sehr religiös ist, aber nicht so kompetent und Al-Murira, er sagt ja, was denjenigen anbelangt, der sehr kompetent ist, aber weniger religiös, seine Kompetenz kommt den Menschen zu und seine geringere Religiosität spricht gegen ihn selbst, aber er schadet am Ende den anderen. Ich halte mir fest, also wenn wir jetzt hier von geringer religiös und so weiter sprechen, dann nicht wie heute geringer religiös, sondern das ist im Rahmen von 1 bis 2 halt 2 plus, 2, 2 minus, aber keine 5 minus oder so, versteht ihr, was ich meine? Nicht, dass wir jetzt irgendwie komische Vorstellungen haben von den geehrten ersten drei Generationen, die waren alle religiös, aber es gab halt religiösere als andere. Und Oma sagte, das sind wahre Worte. Und dann stellte er Al-Murira ein, was hier irgendwie schon so ein kleiner Hinweis ist, du bist sehr kompetent, ja, aber pass ein bisschen auf, ja, versuch Allah ta'ala zu fürchten. Er sagte ihm, versuche das Vertrauen der Rechtschaffenden zu bekommen, es dir zu verdienen, weil das ist dann ein wirklicher Hinweis auf bestätigte Gottesfurcht. Aber, lass diejenigen, die schlecht sind, sie sollen dich fürchten. Es gibt Menschen, die wollen betrügen, sie wollen irgendwie an die Staatskasse, sie wollen Geld, ohne richtig in Not zu sein oder sie wollen Geld, ohne wirklich arbeiten zu wollen, ja. Diese Leute, sie sollten, ja, nicht eingeladen sein von der Barmherzigkeit, der falschen Barmherzigkeit, sondern sie sollen wissen, oh, wenn ich um etwas bitte, worum ich kein Recht habe, dann werde ich mir einen Tadel einholen, dann werde ich mir Kritik einholen. Und er wollte Leute haben, die nicht so wie der Boss rumlaufen, ja. Er sagte zu einem seiner Vertrauten, in Bezug auf einen Stamm, er sagte, ich möchte jemanden aus diesem Stamm zum Verantwortlichen einsetzen. Er soll diese Eigenschaft haben, dass wenn er Verantwortung bekommt, wenn er einen Posten bekommt, dann wird er ihn so durchführen, als ob er ihn nicht hat. Also er wird nicht wie der große Boss rumlaufen, Big Boss, sondern, ja, ganz normal. Und wenn man ihm den Posten nicht gibt, wird er sich trotzdem so verhalten, als ob er Verantwortung hat. Ob Berufung oder nicht Berufung, ob Einstellung oder nicht Einstellung, du hast Verantwortung. Das heißt, er wollte jemanden mit Verantwortungsgefühl, aber nicht jemanden, der Geltungssucht hatte. Er hat gesagt, ich bin jetzt hier der Boss und dann Benz und teure Anzüge und so weiter. Das wollte er nicht haben. So sollen auch wir sein, liebe Geschwister. Wir sollen Verantwortungsbewusstsein haben, aber wir sollen nicht nach Posten oder nach irgendwelchen weltlichen Auszeichnungen streben. Eines Tages kam jemand zu ihm, den er eigentlich einstellen wollte. Und Oman hatte gerade eines seiner Kinder oder Enkelkinder auf seinem Schoß und spielte mit dem Enkelkind und küsste es und der Mann sagte, du küsst deine Kinder, deine Enkelkinder und sagte, du etwa nicht? Da sagt er, nein. Dann sagt er, du wirst niemals zu mich arbeiten. Du wirst niemals zu mich arbeiten. Also du wirst niemals Verantwortung für die Muslime tragen dürfen. Aufgrund dessen, dass er keine Barmherzigkeit hatte, liebe Geschwister. Barmherzigkeit ist sehr wichtig, wenn ihr Verantwortung habt und ihr alle seid angesprochen. Denkt nicht, dass das jetzt irgendwie für ein Kurs ist für angehende Politiker. Nein. Bist du nicht ein großer Bruder, eine ältere Schwester, Vater, dann sowieso. Ja. Oder in der Clique, bist du ja auch unterwegs und man hört auf dich, mehr oder weniger. Achte auf diese Eigenschaften. Was interessant ist, weil er die Menschen sehr gut einschätzen konnte, er hat niemals einen Beduinen, also jemand, der nicht sesshaft lebte, in Verantwortung gesetzt über Städter, über Städtebewohner. Er sagt, das passt nicht richtig. Der Beduine wird die Städter nicht richtig führen können beziehungsweise die Städter werden seine Führung nicht richtig annehmen wollen. Sehr interessante soziologische Beobachtung. Wenn ich mich richtig erinnere, Ibn Khaldun hat ja in seinem Geschichtswerk eine Einleitung gehabt, Al-Muqaddima, und dies gilt als die Begründung der Soziologie. Gebt mal Ibn Khaldun bei Wikipedia ein, ja, und dann werdet ihr sehen, er wird als der Pionier der Soziologie gesehen. Und er hat auch darüber geschrieben, was passiert, wenn Dorfbewohner über Städtebewohner entscheiden. Und er testete diejenigen, denen er später Verantwortung gab. Al-Ahnaf beispielsweise erlebte ein Jahr in Medina auf Einladung von Omar hin, möge ich doch mit beiden zufrieden sein, und nach einem Jahr sagte er, ich hoffe, dass du innen so bist wie außen, als er ihm sein Amt auftrug. Ich hoffe, dass du innen bist so wie außen, weil er hat ihn wirklich geprüft in verschiedenen Situationen. Er respektierte auch, und das wie gesagt in einem gewissen Rahmen, dass wenn man Verantwortung jemandem mitgibt, dass er sie nicht immer so ausführen wird, wie man es selbst getan hätte. Manche Leute haben eben einen anderen Weg. Ibn Mas'ud, als er als Gouverneur eingesetzt wurde von Omar, es wird überliefert, sie haben mehr als 100 Meinungsverschiedenheiten miteinander gehabt. Omar hätte in über 100 Fällen anders gehandelt als Ibn Mas'ud. Aber trotzdem gab es da einen gegenseitigen Respekt. Omar sagte zu einer Gelegenheit im Rahmen dieser wichtigen Kompetenz, sagte, oh Allah, es bedrückt mich zu sehen, wie der Religiöse nicht kompetent ist und der Sündhafte kompetent ist. Diejenigen, die fähig sind, die Kompetenzen haben, bereut vor Allah, reinigt euch vor Allah und dies wird auch eure Arbeit weiterhin segnen. Und diejenigen, die religiös sind, werdet fähig, lernt, erfahrt, damit ihr später, wie gesagt, noch mehr Verantwortung oder noch schwerwiegendere Verantwortung tragen könnt. Subhanallah, die Zeit geht so schnell vorbei. Das ist jetzt echt, lasst uns Allah an dieser Stelle um Vergebung bitten, denn er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. was wähle ich jetzt aus? Ich wollte übrigens über die Spaziergänge von Omar sprechen. Es war eines seiner Merkmale, immer spazieren zu gehen und zu schauen, was er alles Gutes tun kann. Heute werde ich nicht dazu kommen. Doch einen, einen bringe ich euch. Omar, als seine Tochter Hafsa Witwe wurde, Kronéis starb in Medina, möge er mit ihm zufrieden sein. Was hat Omar? Und seine Tochter war Teenagerin gewesen. Ja, Teenagerin, jung verheiratet und jung Witwe. Ist nicht schön. Omar und Omar, ja, von dem man sagt, sein Schwert war 100 Kilo schwer oder 70. Was nicht stimmt, okay? Nicht, dass sie nur das eine jetzt von der Chutba mit nach draußen tragt und hier durcheinander bringt. Es war nicht 70 Kilo schwer, das kann ich euch garantieren. Ich habe es extra nachgeprüft, das schwerste Schwert, ja, was ich finden konnte, hat irgendwie 5,7 Kilo oder so gewogen im Mittelalter. wir gehen nicht davon aus, dass sein Schwert das Zehnfache gewogen hat. Nehmt mal so eine Kurzhantelstange in die Hand und dann wisst ihr, was überhaupt drei Kilo in der Hand bedeuten. Ja? Dieser Omar, er ging raus und suchte einen Mann für seine Tochter. Der hatte eine, eine väterliche, wirklich väterliche Beziehung zu seiner Tochter. Eines Tages fragte er seine Tochter. Er sagte, wie lange kann eine Frau von ihrem Mann getrennt sein? Weil er hatte ja Soldaten an die Fronten geschickt. Er hatte Soldaten an die Fronten geschickt und er fragte seine Tochter. Seine Tochter fragte er. Ja? Und sie antwortete ihm, ein, zwei, drei Monate geht noch, aber beim vierten Monat wird es schwer. Ja? Und dann hat er Order erlassen, dass die Soldaten nicht länger als vier Monate, nicht länger als drei Monate von zu Hause weg sein sollen. Das heißt, seht ihr diese Beziehung? Und viele von uns sind nicht nur Väter, sondern sind ältere Brüder. Wen sollen eure Schwestern heiraten? Und am Ende stört ihr euch daran, dass sie vielleicht einen Antrag bekommen, ohne dass ihr mitwirken konntet. Ja, was erlaubt er sich? Ja? Oder dass sie sich vielleicht in jemanden verliebt. Ja? Tragt Verantwortung. Hab erstmal diese wunderbare Beziehung, zu euren jüngeren Schwestern oder zu euren älteren Schwestern oder zu euren Töchtern. Diese Vertrauensbeziehungen. Weil verkuppelt wird so oder so. Ob das jetzt auf dem Schulhof ist oder in der Universitätskantine oder in der Pause auf der Arbeit. Das ist normal, dass irgendwie Menschen ihr Iriges dafür tun, dass Leute zueinander finden. Aber zwei Kriterien sind Erfolgskriterien. Das erste ist die Kenntnis von der Person. Und wer könnte einen besser kennen als die eigene Familie? Und das zweite Kriterium die Liebe. Wer liebt dich mehr als dein Vater oder als deine Mutter? Ja, oder dein älterer Bruder oder deine ältere Schwester oder deine Tante oder deinen Onkel? Das geht nicht, dass es andere da gibt. Das heißt, dieses vom Herzen der Gutes wünschen und die Kenntnis von der Person. Ja? Die sind ein Erfolgsfaktor. Und das ist etwas, was wir in der Oma wiederbeleben müssen. Denn niemand behindert uns dort. Ja? Wir können nicht sagen, ja, der oder die oder Verschwörung hier oder... Nein. Wir sind es, die uns in diesem Bereich ständig behindern. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten und ihn bitten, oh Allah, ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, bitte schenke uns all das, was der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wassallam von dir beten hat. Und erspare uns all das, wovor der Prophet auch bei dir sallallahu alaihi wassallam Zuflucht und Schutz gesucht hat. Vergib uns und unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben insgesamt, oh Allah. Bitte recht leite all diejenigen, in denen du Gutes siehst und lass uns daran Anteil haben. Bitte, oh Allah, bitte befreie die Bekriegten, die Gefolterten, die Hungernden, die Kranken, die Frierenden, oh Allah, die diejenigen, oh Allah, die dich bitten, die der Verzweiflung nahe sind. Und bitte stehe ihnen bei und bitte lasst unser, bitte helfe uns dabei, dass wir unser Möglichstes tun, all diesen Menschen beizustehen. Oh Allah, bitte lass uns das Wahre als Wahr erkennen und für Streiter dessen sein und das Falsche und Nichtige als Falsch und Nichtig erkennen und gegen Streiter dessen sein. Wenn wir nun zum Gebet aufstehen, liebe Geschwister, lasst uns lückenlos stehen und sicher gehen, dass die Handys alle ausgeschaltet sind, damit wir ein vertrauliches Gespräch mit Allah Ta'ala haben können. Und während ihr aufsteht, greift auch in eure Taschen hinein, holt euer Portemonnaie hinaus und lasst es rascheln, nicht klimpern, lasst es rascheln und nicht klimpern. Spendet von dem, was Allah Ta'ala euch gegeben hat und er wird es euch mehr als nur ersetzen. Er wird das Verbleibende segnen und eure Sünden dafür löschen. Allahumma Amin.